Es ist mal wieder Orch-Katzel-Schworf-Junk-Journal-Zeit hier auf meinem Basteltisch. Du glaubst nicht, wie lange ich gebraucht habe, diesen Satz einigermaßen flüssig über meine Lippen zu bringen, aber das hier ist ja auch ganz was Besonderes, also sollte ich mir da schon auch ein bisschen Mühe geben, ne? Hallöchen, Luise Heinzel hier. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich gerne dir ein paar Möglichkeiten zeigen, wie du Tags in deinem Junk-Journal unterbringen kannst. Das tue ich jetzt hier an dem Beispiel von diesem besonderen Journal. Das hier ist das Orch-Katzel-Schworf-Junk-Journal. Vielleicht bist du hier neu, ich erkläre kurz, was es damit auf sich hat. Dieses Journal erstelle ich aus allen Einsendungen von meinem 10.000 Abonnenten-Giveaway, von meiner Tag-Challenge, die ich zelebriert habe, anlässlich von 10.000 Abonnenten hier auf YouTube. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja noch verschiedene Möglichkeiten, so einen Tag in einem Junk-Journal unterzubringen. Man muss es ja nicht unbedingt immer nur in so eine Tasche reinstecken. Man kann das auch anders aufkleben und anders befestigen, sodass man später noch mehr Möglichkeiten in seinem Journal hat. Diesen Tag hier zum Beispiel habe ich jetzt gerade nur oben und unten festgeklebt, sodass so eine Art Bellyband entsteht, hinter das man dann später noch etwas stecken kann. Diese nächste Seite hier hat mir erstmal so ein bisschen Kopfzerbrechen gemacht, denn die hatte ich von einem solchen Pappbriefumschlag abgerissen. Ich war ganz froh, dass die heile geblieben ist. Die hat aber auf der Rückseite jetzt so ein bisschen sowas Hässliches. Also das schaut irgendwie ganz interessant aus in meinen Augen, aber irgendwie ist es auch ein bisschen komisch. Ja, nichtsdestotrotz versuche ich gerade jetzt hier diesen Tag, der im Querformat gestaltet ist, als Tasche aufzubringen und diesen Hintergrund, den dieses Abgerotzte da von der Seite hat, da irgendwie so ein bisschen zu integrieren. Und ich finde, wenn man den hier so aufklebt, dann schaut das so aus, als wenn der Hintergrund so muss. Also das schaut gar nicht mehr so aus wie abgerissen. Dieses war jetzt ein bisschen zu breit für die Seite. Jetzt habe ich mir hier einfach diese kleine Notiz genommen, die noch bei diesem Tag dabei gelegen war und habe die da so aufgeklickt, sodass die Tasche jetzt einerseits etwas breiter ist und man von der Vorderseite den Rest von dem Tag einfach nicht mehr sieht. Hier ist noch der Brief, der zu diesem Tag dazu gehört und ich möchte den hier gerne an der Stelle in das Journal mit einbinden, wo auch der Tag ist, also wo diese Tasche jetzt ist. Links ist ja der Tag, der zu dem Brief dazu gehört und rechts ist der Brief und ich möchte das gerne genau an dieser Stelle mit in die Signatur einbinden. Ich habe das jetzt geknickt, so dass ich noch alles lesen kann, also auf der anderen Seite, später in der Signatur und hier habe ich jetzt diesen kleinen Überschuss sozusagen. Zuerst habe ich gedacht, ich lasse diese Seite einfach so kurz. Das spricht ja eigentlich nichts dagegen. Aber dann habe ich gedacht, eigentlich wäre das ganz gut, wenn man den Platz hier noch ausnutzen würde. Ich hatte euch das in den letzten Videos schon erzählt. Ich habe ja so ein kleines Problem, weil ihr mir so wahnsinnig viel geschickt habt und so wahnsinnig viele Leute an dieser Tag-Challenge teilgenommen haben. Deswegen muss ich hier wirklich jeden Millimeter und jede Lücke sozusagen zwischen den Seiten ausnutzen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Tag hier draufgeklebt habe. Wie man aber sehen kann, ist jetzt hier die Original-Falz von dem Brief ein riesengroßes Problem. Denn wenn ich später die Seite umschlagen will, durch das Gewicht des Tags würde sich das immer wieder da so knicken, wo der Brief ursprünglich geknickt war. Um dem etwas entgegenzuwirken, habe ich hier mir ein Washi-Tape genommen. Das ist das Washi-Tape, was ich durch dieses ganze Journal auch verwendet habe, sodass da nochmal so ein kleiner Zusammenhang auch entsteht. Und das klebe ich jetzt mit Prittstift verstärkt über diese Falz, so dass ich hier auf dieser Seite die Schrift noch sehen kann und auf der anderen Seite eben der Tag vollständig ist. Ich wollte das jetzt nicht über den Pilz drüber kleben. Und so funktioniert das ganz gut. Man könnte vielleicht auch ein paar so Schnipsel von Buchseiten oder irgendwie etwas Breiteres noch nehmen. Ich muss mal gucken, wie das später sein wird, ob sich das dann gut umschlagen lässt. Ansonsten kann man da immer noch irgendwie was drüber kleben, insbesondere auf der Rückseite. Hier ist ja noch relativ viel Platz. Jetzt habe ich hier auf der linken Seite vom Bild diesen Tag liegen, der schon in sich ein Bellyband ist. Ihr seht, da klemmt dieser Brief dahinter. Und hier mache ich jetzt so ein doppeltes Bellyband daraus. Also ich habe den jetzt auch einfach nur oben und unten festgeklebt, sodass dann dieser Brief in dem ursprünglichen Bellyband von dem Tag stecken kann und aber noch zusätzlich ich etwas dahinter schieben kann. Ich gucke hier mir jetzt gerade die Signatur an und ich bin ein bisschen schockiert gewesen, ehrlich gesagt, weil es da schon so wahnsinnig dick war. Die einzelnen Signaturen habe ich erstmal mit nur sehr wenigen Seiten versehen. Weniger als bei einem in Anführungsstrichen normalen Journal. Nichtsdestotrotz, das sieht man in den Videos jetzt hier vielleicht nicht unbedingt so, habe ich das sehr oft nochmal auseinandergenommen und anders wieder zusammengefügt. Denn wenn man was aufklebt, dann kann es sein, die Seite wird auf einmal total dick und die geht in die Signatur nicht mehr rein. Also da kann man natürlich jetzt in diesem Zustand noch so ein bisschen rumspielen und das ein oder andere nochmal verändern. Hier habe ich jetzt dieses coole bestempelte Papier und diese Karte. Habe ich mir gedacht, das könnte man jetzt auch da so in einen Zusammenhang bringen. Und ich habe noch diese Serviette bekommen, die ich persönlich super, super schön finde. Ich bin ja eigentlich, sagen wir mal, ein bisschen auf Kriegsfuß mit Servietten aufkleben, weil wenn ich das mit Mod Podge mache, dann gelingt mir das oftmals nicht so gut. Ich habe dann immer so ein bisschen Probleme, dass mir die Serviette einreißt. Deswegen habe ich das hier einfach mit Brittstift gemacht. Ich finde, das funktioniert auch ganz gut. Die Serviette ist auf der Oberfläche jetzt natürlich nicht versiegelt, so wie es mit Mod Podge wäre, aber ich finde das trotzdem ganz schön und vor allen Dingen fühlt sie sich auch noch so serviettenmäßig flauschig an. Das finde ich persönlich ein bisschen schöner, als wenn das diese Mod Podge Oberfläche hat. Aus diesem kleinen bestempelten Papier habe ich jetzt einfach so eine kleine Tasche gemacht. Die werde ich später höchstwahrscheinlich noch etwas verbreitern müssen, weil der Tag sonst zur Seite rausrutschen kann. Aber ich habe mir die jetzt erstmal da als, ja, wie soll ich sagen, Platzhalter sozusagen gemacht. Und hier habe ich jetzt noch dieses Exemplar Pinkertag. Dieser ist ja entstanden, oder die beiden sind entstanden. Ohne mein Freebie, wo ist ja überhaupt nicht, ne, also das ist jetzt nicht böse gemeint oder so. Aber die brauchen natürlich einen besonderen Platz, weil die auch, ja, total rausstechen. Dadurch, dass das pink ist und die Pilze auf dem Freebie rot sind, beißt sich das natürlich so ein bisschen. Dieses Briefpapier passt hervorragend zu den Tagfarben. Jetzt habe ich das hier mal so reingesteckt. Und den Brief als Tasche aufgeklebt. Auf der linken Seite wird mit Sicherheit noch irgendwas Pinkes passieren, damit da so eine kleine Farbbrücke nochmal entsteht. Jo, dann haben wir das hier. Also das ist halt total faszinierend auf der einen Seite, aber das hat mich echt Nerven gekostet. Also ganz ehrlich, ne, es hat mich wirklich Nerven gekostet, das da einzufügen. In der Kamera sieht man das überhaupt nicht, aber dieses kleine Boot in diesem Rahmen, das ist so dick, ne. Also das ist so richtig cool dreidimensional. Sorgt aber natürlich dann dafür, wenn ich das jetzt hier so zum Beispiel drauf mache, dass das dann einfach total fett ist. Diese Karte da drüber, die hat sich gar nicht mehr flach auflegen lassen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe da ziemlich lange umeinander gefuchtelt und überlegt, wie ich das mache. Zuerst wollte ich den Briefumschlag so wie so einen Flip aufkleben. Da habe ich gedacht, nee, das macht es ja noch dicker. Tust du das besser hier so drum. Also habe ich den Briefumschlag jetzt da reingesteckt, als wäre er eine Seite der Signatur. Dann habe ich den Tag nur oben festgeklebt, sodass der jetzt hier so drauf sein kann. Auf der Rückseite unten kann man jetzt noch was schreiben oder man kann da natürlich auch noch zusätzlich eine Tasche aufbringen oder einen kompletten Tag von der Rückseite nochmal draufkleben, sodass dieser Briefumschlag einfach nur so eine kleine Halterung ist sozusagen. Dann habe ich gedacht, anstatt die Karte als Seite der Signatur einzubinden, könnte man das auch so machen, dass man die hier so nimmt und dann hier so reinsteckt. Aber man sieht schon, auch wenn die Signatur noch nicht eingebunden ist, ist das sehr knapp. Ich weiß, dass das Journal später sehr dick werden wird und dann werde ich die Karte da nicht mehr rausnehmen können. Das heißt, ich kann diese Nachricht auf der Karte nicht mehr lesen, wenn ich sie nicht rausnehmen kann. Deshalb habe ich hier diesen Flip da von dem Briefumschlag ein bisschen so mit Abstand geknickt und hier habe ich natürlich jetzt wieder das gleiche Problem wie vorher bei dem Brief und die Lösung schaut ganz gleich aus. Ich nehme mir hier einen kleinen Abschnitt von einem Briefumschlag. Ich hatte ja einige Briefumschläge auf DIN A4 geschnitten und auf die Rückseite gedruckt. Das sind einfach die Abschnitte davon, was da übrig geblieben war. Und dieses Briefumschlagpapier eignet sich ganz gut, weil das sehr stabil ist und sehr fest ist einfach. Das habe ich jetzt hier innen so reingetan, also so ein bisschen in das Innere des Briefumschlags, einfach über diesen Schlitz. Und jetzt kann man das, also Schlitz, ne, über diese Falz und jetzt kann man das vernünftig so hin und her schlagen. Es kann sein, dass ich da auch später nochmal was drüber machen werde. Dieses ist ja wie so eine Art Prozessvideo, oder? Also diese ganzen Videos, die ich euch jetzt zu diesem Journal zeige, zeigen meinen realen Prozess. Und ich mache das ganz gerne so, dass ich erstmal eine, wie soll ich sagen, temporäre Lösung finde, dass das funktioniert und dass das später auch stabil und so weiter ist und funktional. Aber dieses ganze Dekorative kommt bei mir meistens erst ganz am Ende. Es kann auch sein, dass ich da vielleicht noch irgendwas draufstemple oder so auf diesen Abschnitt von dem Briefumschlag. Weiß ich alles noch nicht. So, dann haben wir hier noch so einen Brief auf so einem total coolen, zerfledderten Papier. Jetzt ist dieser Brief, beziehungsweise das Papier, von beiden Seiten beschriftet. Da habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Ich möchte den natürlich gerne komplett lesen können. Das heißt, ich kann den jetzt nicht in die Signatur mit einbinden als normale Seite, denn da müsste ich ja immer von der einen Hälfte der Signatur zu der anderen Hälfte der Signatur blättern, um das lesen zu können. Da muss man ja die zweite Hälfte da irgendwo suchen. Das ist ja blöd. Deswegen habe ich gedacht, ich mache eine Tasche und jetzt habe ich hier mir dieses kleine Element von der Freebie-Seite runtergenommen und habe das ausgeschnitten. Und daraus werde ich jetzt eine Tasche machen, in die ich den Tag und diesen Brief reinstecken kann. Da waren auch noch so zwei kleine Buchseiten dabei, die ich ganz gerne jetzt hier auch noch integrieren wollte, weil dieses kleine Element mit der Maus drauf, das ist ein bisschen zu klein und das ist natürlich auch noch keine Tasche. Diese Seite hier ist der Rest von, ne, ihr wisst schon, dieser anderen Seite da, wo ich dieses Verbindungsstück für die Einzelseiten draus gemacht hatte. Das war da noch übrig. Und ich finde diese blaue Schrift da drauf einfach total schön. Und ja, ich möchte dieses natürlich nicht verschwenden. Und außerdem ist das auch ein Geschenk gewesen, was ich hier jetzt mit unterbringen möchte, was einerseits, ja, funktional ist, aber andererseits auch hoffentlich ganz gut aussieht. Ich habe das da draufgeklebt und dann außenrum rum festgenäht, sodass ich jetzt da das so reinstecken kann. Und ich finde das irgendwie ganz cool. Mit dieser Buchseite im Hintergrund und dieser blauen Schrift, finde ich, schaut das ganz schön aus. Außerdem kann ich jetzt hier diese ATC-Karte noch reinstecken. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Auf der rechten Seite, guck mal da, guckt das unten so ein bisschen raus. Das schaut jetzt, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Und ja, man sieht sofort auch, dass man das rausnehmen kann. Also ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie so Sinn ergibt. Ich finde das ganz cool, wenn das nicht so komplett in so einer Tasche drin steckt. Ein weiteres Problem mit Tags in Taschen ist ja auch das, dass man den Tag, wenn der in der Tasche drin steckt, nur zur Hälfte sieht. Hier hatte ich so eine Plastikfolie. Da waren diese kleinen Zigarettenkarten drin, die ich da geschenkt bekommen habe. Da habe ich gedacht, warum mache ich nicht daraus auch eine Tasche? Denn jetzt kann ich den Tag hier reinstecken und ich kann ihn vollständig sehen. Ich weiß, Plastik ist jetzt immer so ein bisschen grenzwertig. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ich mag eigentlich keine Plastikdinge in meinen Journals verwenden. In diesem Fall war es aber so, dass diese Hülle auch in einem der Briefumschläge war. Und mein Ziel ist es ja wirklich, alle Materialien, alle Tags, alle Einsendungen zu verwenden für dieses Journal, die ich von euch bekommen habe. Und deswegen war es für mich okay, dieses Plastik da zu benutzen. Das ist ein bisschen strange, ich weiß schon. Ja, so, was machen wir hier? Ach so, hier haben wir einen Tag, auf dessen Rückseite sich eine Nachricht befindet. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Den kann ich jetzt weder als Bellyband noch sonst irgendwas aufkleben. Ich wollte den nicht schon wieder in eine Tasche stecken, sondern doch mal ein bisschen was anderes machen, um euch das natürlich auch zeigen zu können, welche Möglichkeiten man da hat. Und deswegen habe ich mir hier ein Washi-Tape genommen und da oben und unten so ein kleines Scharnier dran gemacht. Und das Gleiche mache ich jetzt von innen auch, weil ne, Washi-Tape ist ja nicht besonders stabil, wenn das nur so einfach ist. Und ich möchte nicht, dass das da abreißt. Dafür könnte man natürlich auch so kleine Stoffstreifen oder sowas nehmen, um das dann da dran zu machen. Das könnte man auch festnähen. Ich habe dieses Washi-Tape verwendet, weil es ja sowieso schon sich durch dieses ganze Journal zieht. Und ich finde, das passt ganz gut zu den Farben von dem Pilz. So, hier haben wir so einen Briefumschlag. Den klebe ich jetzt hier ein bisschen anders auf. Ich werde den jetzt nicht in die Signatur einfügen, weil ich daraus noch eine Tasche machen werde. Ich habe die beiden Elemente, die da reinkommen, erstmal nur draufgelegt, damit die mir nicht innen festkleben. Da sollte man ein bisschen darauf achten. Vielleicht, wenn du Anfänger bist, lass die Tasche, die du aufgeklebt hast, erst richtig trocknen, bevor du da was reinsteckst. Ansonsten kann es dir passieren, dass das da innen drin festklebt. Das ist mir schon hunderte Male passiert. Hier habe ich mir jetzt aus dieser etwas abgefetzten Seite, das war ursprünglich mal so eine Tüte, in der der Tag verpackt war, auch noch so eine Doppelseite gemacht mit jeweils zwei Taschen, habe ich einfach dieses Verpackungspapier genommen und habe das so gefaltet und dann so ein bisschen wellenförmig darüber genäht, sodass ich jetzt auf beiden Seiten eine Tasche habe. Und bei dieser Einsendung war auch noch dieser kleine Tag mit dem Schmetterling und dieses kleine Heftchen da dabei, was ich jetzt ganz gerne auch auf diese Seite haben wollte, damit das alles zusammen ist und die Dinge, die zusammengeschickt wurden, auch da zusammen drin sind. Und deswegen habe ich mir hier drei Tags ausgestanzt. Die sind aus dem Orchkatzelschwarf Junk Journal Kit. Ich habe die ein bisschen kleiner gestanzt, als sie eigentlich auf dem Printable sind, damit die hier drauf passen, aber das funktioniert trotzdem ganz gut. Und jetzt kann ich diese Tasche hier, die aus diesen drei Tags entstanden ist, verwenden, um das da reinzustecken. Hier auf der Rückseite war jetzt da oben so ein bisschen was abgerissen. Ich habe da normalerweise kein Problem mit, aber wenn was abgerissen ist, dann hätte ich das gerne immer so ein bisschen noch interessanter. Deswegen habe ich jetzt diesen Brief einfach da drauf geklebt. Wenn man das jetzt umblättert, was ich hier glaube ich nicht mehr tue, sieht das von der anderen Seite ganz interessant aus. Dieses kleine Dreieck stammt von einem Briefumschlag. Den habe ich jetzt nicht im Zusammenhang mit der Tag Challenge gekriegt. Ich weiß, Schande auf mein Haupt, aber den habe ich auch mal in einer Happy Mail bekommen und deswegen habe ich gedacht, das ist wohl erlaubt, wenn ich das da benutze, denn das Rot passt einfach total gut zu den Pilzen. Hier habe ich das jetzt so gemacht, dass ich die Tasche quasi als Auflage für den Tag benutzt habe. Also ich klebe den Tag jetzt einfach vorne auf die Tasche drauf. Dann entsteht dahinter eben diese etwas größere, wie soll ich sagen, rechtwinklige Tasche, wo man dann auch größere Karten oder irgendwas dahinter stecken kann. Die Karte, die ich jetzt da reingesteckt habe, ist ja auch ein bisschen größer. Das passt dann ganz gut. Und man kann vor allen Dingen auch den Tag dann sehen, wenn man den vorne auf so eine Tasche drauf klebt. Also das ist auch, finde ich, eine ganz gute Möglichkeit. Ja, bei diesem Ding hier habe ich ein bisschen umeinander gefuchtelt, weil ich überhaupt erst gar nicht wusste, wie ich das machen soll. Zuerst einmal habe ich die Nachricht aufgeklebt und dann habe ich gedacht, wie befestige ich jetzt diesen Tag? Die Rückseite schaut nämlich total schön aus. Die ist zwar leer, aber bunt und diese Farben da auf der Rückseite einfach, das ist Herbst pur und ich wollte das nicht irgendwie überkleben oder so festkleben, dass man es nicht mehr sieht. Und außerdem war dann noch dieses kleine Element mit diesem Eichhörnchen, ja, was ist das eigentlich? Ist das so ein Kronkorken drauf? Dieses Element ist relativ dick und da habe ich erst mal relativ lange überlegen müssen, wie ich das befestige, bis ich mich dann dazu entschlossen habe, das unten an die Seite dran zu machen, dass da nochmal so ein kleines Hintersteck-Ding sein wird. Das ist relativ klein für den Tag, das heißt, da werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal was überlegen, um das etwas zu verbreitern eventuell. Dieses Ding hier ist ja eigentlich schon eine Junk-Journal-Seite in sich, also das ist ja so ein kleiner Folder sozusagen und da habe ich gedacht, bevor ich mir jetzt eine Seite damit noch dicker mache, binde ich das gleich später mit in die Signatur ein und zwar in die Mitte der Signatur, sodass man das dann gescheit sieht, wenn man das aufschlägt sozusagen. Das nächste etwas dickere Teil war dieses hier, das hat mir auch etwas kopfzerbrechend gemacht, das ist aus so einem Scrapbooking-Papier gefaltet, also ne, dann natürlich die Person, die das gemacht hat, überhaupt nichts dafür, aber für so ein Journal ist das natürlich nicht gerade so wahnsinnig optimal, weil das einfach so fett ist und auch wenn man das auch über so eine Seite so drüber stülpt, ihr seht schon, ich habe das auch gar nicht festgeklebt in diesem Moment, denn das könnte wirklich noch zum Problem werden, ich muss noch gucken, wie ich das mache, aber das ist auch vielleicht ein kleiner Hinweis oder sowas oder vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das wirklich da aufkleben könnt, weil das vielleicht dann nicht mehr handhabbar ist oder so, dann lasst es erst, dann befestigt das mit einer Büroklammer, wenn es nicht von alleine hält und überlegt euch später, wenn ihr schon in eurem Prozess weiter fortgeschritten seid, ob ihr das wirklich so machen könnt, also man muss ja nicht immer alles sofort festkleben, dann ist es da und dann kriegt man es nicht mehr ab. Ja, so, das gleiche mit diesem Ding, da ist dieses wunderschöne, etwas größere und dickere Element dran, dieses Runde, ich weiß gar nicht, das sieht aus, als wenn das aus Ton oder sowas gemacht wäre, Entschuldigung, wenn das nicht stimmt, aber fühlt sich an wie Ton und ich wollte das ganz gerne da irgendwo in der Nähe eben auch haben und vor allen Dingen in der Nähe von diesem kleinen Heftchen da, das war gar nicht so einfach und da habe ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr lange überlegen müssen, wie ich das mache und die Lösung habe ich auch nicht mehr an diesem Tage hier gefunden, wie man jetzt gleich sehen wird, denn das Video ist jetzt hier gleich zu Ende. Ich habe da wirklich hin und her überlegt, tue ich das vielleicht außen ans Cover oder möchte ich das tatsächlich hier innen haben? Die Auflösung, wie ich das dann gemacht habe, werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Es gibt noch weitere Folgen von diesem Och-Katzel-Schwarf-Junk-Journal. Ist ja noch nicht fertig, ne? Also ihr werdet das noch weiter verfolgen können, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen gewinnen. Natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bleibt gesund und Tschüssi Kowski!